moin leute und willkommen zum nächsten video heute mal wieder ein pocket option video weil ihr euch das so sehr gewünscht habt dass ich mal mehr pocket option videos machen soll heute haben wir eine strategie bei eine minuten strategie eine minuten trades im 1 minuten chart das einzige was wir dafür brauchen ist einmal der stochastic oscillator den habt ihr euch schon reingepackt und dann hier noch bollinger band brauchen wir noch eins die fractals und dreimal ein moving average die habe ich in den anderen videos auch schon genutzt einmal ein zwanziger ich gehe das jetzt einmal von oben hin durch warte mal wir fangen mal an hier und stochastic oscillator genau den habe ich so gelassen standardmäßig styles haben wir hier komplett ein bisschen nur die farbe gerne ein bisschen dicker und so weiter bei mir ist immer rot bedeutet ab da gehen wir short und grün bedeutet da ab da gehen wir long im endeffekt relativ simpel deswegen habe ich mir das immer so markiert meine kennels auch eine rote short grün long slow ist logisch glaube ich ansonsten dann haben wir hier ein bollinger band einmal geändert auf 20 und zwei und vom style her ja könnt ihr euch ja anschauen wie ich das hier gemacht habe ich finde das immer so recht übersichtlich oben habe ich auch rot gemacht wegen short wieder grün unten aber im endeffekt könnt ihr die auch weglassen weil durch das weiße erkennt man sie super auf dem dunklen hintergrund dann haben wir die fractals einfach auf zwei geändert farben rot grün also einmal quasi umgetauscht dann haben wir dazu noch den die sma 21er zwei pixel auf wieder weiß dann haben wir die 50er sma zwei pixel grün und zu guter letzt die 100er sma in der farbe rot mit drei pixel so relativ leicht wie vorher auch wir orientieren uns eigentlich an der roten linie wenn die oben ist gehen wir für short andersrum gehen wir für longs das ganze mit dem bollinger band ist dann immer noch mal ein bisschen eine andere geschichte und das zeige ich euch jetzt so weil generell packe ich die nur rein damit ich weiß alles klar sind wir gerade im downtrend sind wir im uptrend nur mal so als info aber allgemein zu unserer strategie theoretisch bräuchtet ihr die gar nicht wir können die auch gerne erstmal ausblenden was auch für blenden die erstmal aus damit man das erst mal versteht so strategie relativ leicht habt ihr locker schon gesehen bei der bei anderen youtuber und ich zeige sie heute und worauf ihr achten müsst beziehungsweise ich zeige euch heute noch mal extra tipps damit ihr da auch bessere erfolge habt weil das bollinger band habe ich jetzt schon abgeändert dadurch haben wir schon eine richtig gute rate und jetzt zeige ich euch noch worauf ihr auf jeden fall achten müsst also als beispiel wir haben hier das bollinger band und wir warten darauf dass die candle eine grüne candle im uptrend hier mäßig eine grüne candle closed außerhalb des bollinger band das habt ihr bestimmt schon mal gesehen dann kommt danach eine rote und danach noch eine rote und sobald zwei rote gebildet worden beziehungsweise die ist kann auch eine grüne davor sein die ist dann aber eine ziemlich schwache candle dann kann sich hier dieses schrecktel bilden das bildet sich quasi beim trendwechsel so das bedeutet sobald dieses schrecktel erzeugt wird machen wir sofort ein ein minuten trade in die richtung auf das bedeutet wir hätten jetzt hier genau hier unsere short position geöffnet für eine minute da wir im ein minuten chart sind und ein minuten trade machen wäre das hier unten unsere candle gewesen das heißt den trade hätten wir gewonnen was wir natürlich auch noch beachten müssen das alleine reicht natürlich nicht als bestätigung dass wir den trade eingehen sondern wir gucken hier unten auch unseren stochastic oscillator an deswegen haben wir den da drin der ist hier oben im overbord zustand also die ganzen leute haben ziemlich viel gekauft und das ist vom durchschnitt her der stochastik oscillator macht ja so den durchschnitt aus aus moving averages deswegen ist hier oben auf jeden fall jetzt ganz viel gekauft worden und dann hat man eine gute chance dass der preis danach wieder runter geht so der ist hier auch in dem fall genau bei der grünen kennel sogar gegross danach und das ist ein sehr gutes zeichen erstens overbord zweitens gegross und ist auch auf dem weg wir würden ja hier unseren trade angehen wenn wir da sehen alles klar die beiden linien sind auch ziemlich weit auseinander und sind gerade auf dem weg nach unten das ist eigentlich so die beste voraussetzung das heißt der trade ist sehr sicher gewesen dann schauen wir uns einfach mal den nächsten trade an so hier haben wir schon den nächsten trade beachtet hier rechts den erstmal nicht sondern erstmal den hier links weil wenn wir jetzt nur mal auf den stochastic oscillator gehen denkt man auch hier alles klar da könnten wir irgendwo ein trade aufmachen und hier die grüne kennel ist auch außerhalb des bollinger band geclosed aber unser fractal wurde nicht erzeugt daher invalider trade nehmen wir nicht hier aber haben wir hier oben auf jeden fall ein overbord zustand ist aber grenzwertig deswegen würde ich den gar nicht erst nehmen und der wäre in dem fall mit dieser kennel weil das hier die dritte kennel ist ja unsere das wäre sogar ein lose geworden aber ihr seht danach geht es weiter nach unten deswegen das weiß man sowieso nie was danach passiert darum geht es auch nicht wir gehen wirklich nur auf diese eine kennel die dann da kommt so das heißt diesen trade würden wir auch nicht nehmen dann wenn ihr hier ein bisschen weiter nach unten guckt hätten wir wieder eine kennel die außerhalb ist nehmen wir auch nicht unser fractal fehlt also brauchen wir ein richtiges beispiel weiter suchen so hier haben wir direkt zwei verschiedene bzw drei sogar einmal den hier vorne da der ist auch wieder ein bisschen kritisch da müsst ihr selber gucken also ich nehme diese trades nicht ich nehme nur die ganz sicheren dieser trade hier hätte aber auch funktioniert grüne kennel außerhalb danach eine rote noch eine rote und die ist relativ weit nach unten deswegen bärisch sieht die sehr gut aus hier und dann wäre das hier unser trade gewesen mit dieser einen minuten kennel das heißt den trade hätten wir gewonnen dann schauen wir weiter nach links die grüne ist raus grüne ist raus wir warten immer auf unser freckle ganz wichtig der freckle ist erzeugt nach dieser kennel diese große bärische kennel die wieder reingegangen ist unten stochastic oscillator gecrossed geht auch wieder nach unten das heißt wir gehen diese minute hier geben wir den trade rein hätten wir gewonnen ein bisschen weiter nach rechts direkt der nächste trade ist wieder einer der nicht so sicher ist aber in dem fall hätte er auch funktioniert so lange rede kurzer sinn ich zeige euch das ganze jetzt mal an live beispiel das ist man eben jeder kann ja hier schön nach links scrollen und dann gucken wo hier die besten trades sind aber ich zeige euch das jetzt natürlich auch mal live wie das ganze aussieht und warum ich diese trades eingegangen bin so leute willkommen im ersten trade wir werden jetzt gleich in short eröffnen das sollte nämlich gleich erzeugt werden das freckle zack dann eröffnen wir sofort unseren short trade und wir wie schon gesagt hier ist stochastic oscillator ist komplett overboard oben das heißt cross auch gerade da sieht man hier wunderbar und wir gehen hier wirklich für die nächste minuten kennel das heißt nach diesen kennels einfach die nächste geht es dann nach unten so acht sekunden noch 76 sekunden haben wir noch aber den trade wenn wir auf jeden fall gewinnen das sieht man ja sehr gut und jetzt den trade haben wir so hier haben wir gleich den nächsten trade wundert mich dass das freckte nicht schon er erzeugt wurde aber wir warten definitiv auf unser freckte damit wir dann unseren trade auch wirklich safe eingehen können und in dem fall eröffnen wir jetzt unsere minuten trade wir schauen auch unten auf den stochastic oscillator der so wunderbar gecrossed also das sollte hier eigentlich auf jeden fall ein sicherer trade sein dass wir hier jetzt weiter nach unten gehen zumindest mit der nächsten minuten candle so ein paar sekunden haben wir noch aber der trade oder knapp aber wir haben ihn das war echt eine knappe candle aber ihr seht schon es kommt nicht auf die größe an es kommt nicht auf die größe der candle an sondern nur ob wir die richtige richtung treffen in dem fall hat es jetzt geklappt ihr seht schon es ist ziemlich knapp jetzt gewesen weil jetzt geht es gerade schon wieder hoch das liegt aber auch daran dass das freckle so spät erzeugt wurde weil ganz ehrlich wenn wir außerhalb der der das bollinger band sind die erste dicke rote kennel kommt theoretisch könnt ihr danach auch direkt einen minuten trade aufmachen ist halt die chance dass ihr auch mal lose wie hier und da mehr habt aber generell habt ihr ja gerade gesehen mit dem freckle funktioniert es auch so leute hier aber gleich den nächsten potenziellen trade ist ein bisschen schwierig ich werde ihn trotzdem eingehen ein short trade aber es ist momentan hier gerade so dass das bollinger band hier wirklich also die grüne candle ist ja gerade so nach draußen gegangen ich glaube der trade weil es nicht so eine gute idee dass wir da jetzt in short eingegangen sind aber wir werden sehen so fünf sekunden haben wir noch aber wie ihr seht nicht jeder trade ist nur hin das war jetzt auch mein fehler hätte ich nicht machen dürfen war zu zu knapp an der kante mit der grünen candle die muss schon ordentlich draußen closen genauso gut wenn hier unten den stochastic oscillator euch anschaut da was ist da denn los die sind ja quasi auf einer linie so also ja das war mein fehler aber wie ihr seht ich zeige euch auch trades die nicht funktionieren also das hat jetzt auf jeden fall nicht geklappt weiter geht's zum nächsten trade gut leute ein trade machen wir noch der sieht hier sehr gut aus da werde ich auf jeden fall gleich den short eröffnen zack da öffnen wir den short tatsächlich haben wir jetzt hier kein freckle aber ich bin mir hier sehr sehr sicher dass es danach weiter runter geht normalerweise erzeugt er dann freckle aber das ist weil die kennel hier nicht nicht ein bisschen tiefer noch also ist keine engulfing kennel geworden und dadurch ist das hier ein bisschen ja wie gesagt der indikatoren und so weiter sind halt auch nicht immer so 100 prozent da müsst ihr halt ein bisschen auch auf eure erfahrung zurückgreifen und dann halt damit train so wie gesagt ein paar sekunden haben wir noch den trade werden wir auf jeden fall gewinnen sieht sehr gut aus und ist der kassi ausländer auch hier gecrossed und yes den trade haben wir auch gut damit beende ich hier auch das video ich hoffe es hat euch gefallen denkt immer dran 100 prozent win rates gibt es nicht versucht einfach so eine hohe win rates hin zu bekommen rennt nicht einfach in irgendwelche trades rein sondern haltet euch an die regeln und dann wird das wird das schon alles gut werden wenn ihr pocket option noch nicht kennt ich habe unten auf jeden fall einen link reingepackt da könnt ihr euch registrieren ihr könnt euch auch kostenlos einfach da ein demo account kurz euch einloggen und dann auf demo traden hier also ist alles easy going ansonsten danke fürs zuschauen lasst ein like dann kommentaren aber ich würde mich sehr freuen ansonsten sehen wir uns morgen in alter frische beim nächsten video haut rein ciao